Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs bevorzugen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Bevorzugt. Bevorzugte. Habt bevorzugt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich bevorzuge. Du bevorzugst. Er bevorzugt. Wir bevorzugen. Ihr bevorzugt. Sie bevorzugen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bevorzugte. Du bevorzugtest. Er bevorzugte. Wir bevorzugten. Ihr bevorzugtet. Sie bevorzugten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe bevorzugt. Du hast bevorzugt. Er hat bevorzugt. Er hat bevorzugt. Wir haben bevorzugt. Ihr habt bevorzugt. Sie haben bevorzugt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bevorzuge. Du bevorzugest. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bevorzugte. Du bevorzugtest. Er bevorzugte. Wir bevorzugten. Ihr bevorzugtet. Sie bevorzugten. Den Schluss macht der Imperativ. Bevorzuge du. Bevorzugen wir. Bevorzugt ihr. Bevorzugen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb bevorzugen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bevorzugt ihr.